herzlich willkommen zurück bei diesem teil von portal 2 let's play wir haben gerade den neuen teil nämlich teil 3 begonnen im spiel und es geht weiter und zwar jetzt genau aus rein der haut da gerade echt rein sie sind was macht ihr da vielleicht versucht er die wand zu reparieren wahrscheinlich aber die wand war in ordnung ja sie ist klar dass eben was passiert wenn ich heißt ja nur vielen dank ja ja und wie nett bist du doch wieder die es heute ist ja 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 so fett sind wir nicht ich habe keine Ahnung ist schon so lange her seit wir uns das einnehmer durch das Portal gesehen haben das ist richtig wo kommt das andere hin darum muss die die Waffe aber wo das andere probier's mal da oben an der Decke und dann hat gut funktioniert das also wartet da muss ein Laser hin ja das macht Sinn das heißt hier muss am Ende definitiv ein Portal wo ist der Laser da da ist wo es der Würfel ja Frage ist wie kriegt ihr da ein Portal hin da muss gar kein Portal wir brauchen ein Dingswürfel hier hier da muss auch jeder Seite ein Portal ja 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 wir brauchen aber definitiv noch einen Würfel ja einfach zum Spaß wenn ich mich recht entsinne würde dahin kann ich wende gehen äh guck mal zurück da beim Laser rechts um die Ecke da war glaube ich noch was wo war da noch was wo war da noch was oder auch nicht da oben ist was doch darum oben kommt ein aber auch dieser Würfel eine warte du hast doch da links eine schräge Parteifläche oder dann Prozent zurück zum Katapult welches hast du da oben an die Decke gesetzt weiß nicht muss so sein das würde ich nicht nehmen du willst ja zum Würfel darum ist der Ausgang Prozent der Allo ist es denn hey wir haben Ferien ja mein Gott wir haben Ferien aber trotzdem kaum ein wenig Denkapazität von uns erwarten nur weil wir sind der auch für uns Gymnasiaten kann man das glaube ich erwarten Gymnasiaten haben uns gehört aber hier ist kein Würfel das heißt wir müssen doch erst dahin weil da ist nicht der Knopf na warum hält man hier dazu zu finden dann kannst du mal spaßhalben runter springen probieren war was gebracht ich dachte eigentlich von der Kante runter springen und nicht da aber hey jetzt muss er denken dass Blau Bedenken das Blau zu nehmen ja und der Lebo ist er auf die Gange war es war es für umständlich ein bisschen ja ach wo er ihn du warst ich finde es waren weil sie so toll aufpassen könnte Prozent die jetzt auf den Kopf fallen Prozent volltreffer Prozent dem Kopf des Karmel Euro Seite womit M mit Prozent komm schon zählt Prozent okay du bist richtig funktioniert ist also nicht das heißt Prozent doch du musst dich erst hochkatapultieren und dann musste das so machen alles was zu sagen die leute müssen wir jetzt für einen kompletten volltrottel leisten oder nein andere haben sich wesentlich blöde angestellt für mich auch beide sind noch falsch was ist los mindestens einer hast du jetzt ist ja schon am Anfang so was in Toleranz bereich kennen die wohl nicht das Ding war alles andere als in der Mitte aborten das ist Müll ja ach was aber was ist das für Müll nimm es einfach als Müll hin das reicht ganz einfach klar was fragen In die Mülle In die Mülle In die Mülle In die Mülle ja genau und es gibt Leute die nennen uns folgt ja genau ich kann mich gar nicht verstehen ich auch nicht viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Gestern warst du tot. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle mir von dem Reh. Natürlich, aber trotzdem, gestern warst du noch tot. Ach komm, Logik ist nicht klar, was Stärke. Ach. Okay, abgrund das heißt, wir müssen hier irgendwie hochspringen. Ah, lass die Stages mal reparieren. Lass die auch immer da machen. Okay. So, wo bringt der uns hin? Wow, da. We need the Würfel, I think. Und wir brauchen da oben die Plattform. Das heißt, wir müssen irgendwo da, da, da ist der Würfel. Das macht Sinn. Das heißt, wir müssen jetzt da irgendeine Plattform finden, dass wir da ein Portal irgendwie hinkriegen. Oder da irgendwie hinkommen. Aber da sind Portalplattformen. Vielleicht. Oder, oder, oder? Wir sind nicht. Den Fisch. So, what next. Oh mein Gott, seine sich drehende Platte. Was macht die da? Keine Ahnung. Schwachsinn. Apropos Schwachsinn. Hallo. Ehrlich, wenn sie das jetzt aufräumen bezeichnen, dann sollte sie mal bei mir vorbeigucken. Dazu sage ich jetzt nichts. Wah! Verzeihung, ich meinte bei dir, bei mir sieht es ja ordentlich aus. Ah, ja. Im Gegensatz zu bei dir schon, ne? Im Gegensatz zu bei dir. Weil wegen um zu. Okay, ich komme nicht weiter. Moment, Momo, Moment. So schnell gebe ich ja nicht auf. Also sollte nicht. Das sind alles keine Portale. Nein. Nein, da auch nicht. Äh, 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 äh. Sehe ich irgendwas nicht? Hast du vielleicht irgendeine Portalmöglichkeit bei dem, äh, Sprungbrett, wo du hinfliegst? Also zum Weiterfliegen? Da oben, nein. Springer da hin. Boah. Auch das fährt irgendwie runter. Ja, äh, wenn du eine Mäser unterbrichst, fährt das weg. Ach, guck mal. Okay.